So, so YouTube, hallolo, herzlich willkommen zu Geotestik. Es ist wieder soweit. Wir machen drei Runden, unendlich viel Zeit und wollen genau herausfinden, wo wir in der Welt sind. Und ich würde sagen, wir legen los mit Runde 1. Wir werden irgendwo abgesetzt und ich denke mal, wo können wir heute landen? Vielleicht in Chile, das wäre doch was. Wo sind wir? In Iblibli-Brabra. Ja, cancceli.com, Industrie, San Marino. Okay, easy. Gutes Schild. Und Industrie in San Marino ist wahrscheinlich irgendwo hier in der Ecke, nicht wahr? Sehr gut. Und ich glaube, jetzt hat es auch funktioniert mit dem Vertical-Stream. Willkommen, Leute. Hallo im Chat. Guten Tag. Sagt Hallo. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Willkommen, willkommen. Freue mich auf euch. Wir suchen jetzt im Metal-System die Tamakana Paolo. Gut, wird hier nicht einfach so auftauchen, nicht? Das wäre schon sehr verwunderlich, wenn das der Fall wäre. SM, San Marino und Kreisverkehr. Okay, haben die auch viele. Ja, gut. Es geht zur A14 nicht nach Rimini. Das kenne ich schon, weil ich hier öfter war. Kreisverkehr ist eigentlich hier an jeder Kreuzung. Hilft also auch nicht viel. Wir können zum Beispiel hier sein. Instrumenti, Musikala, Designi. Na. Okay. Costa del Bello. Nee. Okay. Die Costa del Bello ist es nicht. Das ist Satana. Auch nicht. Und hier wäre zu wenig los. Nicht? Da wären wir auch schon wieder in Italien. Hier unten könnten wir eventuell noch rumhängen. Febriro. Nee, da auch nicht. Was ist mit der hier? Noretti, Bedono oder hier, Rancinzi, Bellamotte. Ah, zu viele Kreisverkehre. Ich meine, wir könnten auch hier irgendwo rumhängen. Aber glaube ich fast nicht. Guldara. Und hallo, Helena. Willkommen, willkommen. Jetzt hat es geklappt. Jetzt seid ihr da. Ich habe mich schon gewundert. Eben hat es nämlich irgendwie nicht geklappt mit dem vertikalen Stream. Wie geht es? Wie steht es? Erholt und da. Schön, dass du da bist. Okay, wir fahren mal ein Stück weiter. Wo wollen wir lang? Welche Richtung hilft uns das? Eigentlich die Hauptstraße weiter entlang. Morgen gehst du zu deinem PQPQ? Was ist das? Sag mir nix. Sag mir nix. Ort in Grosso. Seriprint. Klingt wie ein Pokémon. Ach, Papa. Ach, okay. Na, ist doch auch schön. Ich muss auch mal wieder zu meiner Familie fahren. Vielleicht vor Weihnachten oder so mal gucken, ob man da noch einen Termin findet. Nicht wahr? Aber bei den Entfernungen, manchmal ist das gar nicht so leicht. Solange ihr in der Nähe wohnt, geht zu euren Eltern. Ist immer was Schönes. Also, in den meisten Fällen. Gibt auch natürlich Negativbeispiele, nicht wahr? Golden Süle hilft mir auch nicht. Finstre hilft mir auch nicht. Die Straße hier führt aber straight nach West-Ost. Das könnte mir helfen. Und da fliegen die Herzen im Chat. Auf jeden Fall immer wichtig. Oh, guckt euch mal die Aussicht an. Wenn wir Sonntag sowas hinkriegen. Da sind wir schon in Rimini. Wart mal. Das bedeutet aber, dass wir doch hier sind. Ja, wir sind hier gewesen gerade. Hier ist Rimini. Hier sind wir. Da fangen wir gerade raus. So, das heißt, wir kommen von hier. Dann muss der Kreisverkehr doch der hier gewesen sein. Ah, die Straße gibt das da nicht. Ach, ist ja merkwürdig. Ich meine, kann auch sein, dass wir... Ah, vielleicht sind wir hier rausgekommen. Der See Santa. Nee. Oder wir sind... Naja, aber hier sieht es nicht so aus wie da. Valencinto. Valencinto. Agriata. Oscar Vino. Hm. Oder auf der Seite. Hier ist ein Kreisverkehr. Was ist da der Bell? Wir hatten Bella Notte oder sowas. Okay, wir gehen nochmal zum Start zurück. Und hast du auf jeden Fall irgendwas geplant? Wollt ihr was unternehmen? Oder einfach nur entspannen am Wochenende? Bei uns ist zum Beispiel viel los. Leider kann ich keinen IRL-Stream machen. Ich habe mich zumindest dagegen entschieden, weil einfach viel zu viel... Ja, zu viel... Nicht kalt Regen ist. Das macht das Equipment nicht mit. Das ist ein bisschen scheiße. Und ich meine, der Markt war jetzt auch nicht so interessant. Nicht? Das Bier war vielleicht ganz lecker, aber das war dann auch schon alles. Hm. Carilor. Cardio. Wir wissen, wir können nicht so weit weg von da sein. Und wir sind direkt an einem Kreisverkehr. Und das kann nicht der hier sein. Weil die Straßen nahm nicht passen. Und das ist ein Dreierkreisverkehr. Und unserer geht hier an der Stelle... Hier ist ein Vierer. Aber mit einer komischen Aufteilung. Den muss man doch sehen. Vor allem ist da ein Doppelkreisverkehr. Kann das sein? Nein. Ja. Guck mal. Wir haben ein Dreieck. Und direkten Kreisverkehr. Also wir haben quasi einen Doppelkreisverkehr. Oder ein langgezogenes Dreieck vom Kreisverkehr. Normalerweise erkennt man die. Und das Ding ist Südosten. Das kann nicht sein. Eigentlich sieht es ja dann eher aus wie hier so. Nicht? Wenn man so zwei Peace-Zeichen... Kann man ganz schlecht machen. So irgendwie abgeht. So was hier. Aber hier ist zu viel Straße dran. Wir sind nicht auf der großen Hauptstraße. Sonst hätten wir auf jeden Fall den Kreisverkehr schon entdeckt. Oder? Was ist Santa? Nee. Die sind alle zu kreisverkehrig. Nicht? Hier. Das könnte unserer sein. Bargello. Passt auch nicht. Aber Bargello hatte ich gelesen. Das war der andere. Nicht? Wo wir vorhin hingefahren sind. Wir sind jetzt bei Cardio. Das heißt, wir könnten hier sein. Rovera, Roveta, Agardi, Paraceti. Angarari. Hm. Ich brauche ganz viele Likes. Wir haben aktuell nur eine... Ein Like. Das muss mehr werden. Ich brauche eure Unterstützung. Ich brauche eure Herzen im Chat. Nur so kann es was werden. Hm. Cardio, hier. Der da ist es. Boah. Das komische Ding. Das nimmt man gar nicht als Kreisverkehr wahr. Das wird aber auch erklären, warum wir bis hier hinkommen. Seht ihr? Kaum macht ihr Herzen. Schon funktioniert es. Und hallo Joshua. Joshua. War gestern spät vom Essen zurück. Da habe ich nicht mehr rechtzeitig geschafft. Kein Problem. Heute bist du ja da. Freut mich umso mehr. Halli, hallo. Hallöchen. So. Bedeutet, wir stehen nach Westen. Also wir gucken westlich rauf. Das heißt, wir stehen genau dort. Das Ding geht nach Süden. Passt mir. Bang. Oh. Eieieiei. Hä? Norden? Ost? Ich habe wieder Osten und Westen vertauscht. Ihr müsst mir doch helfen. Ah. Okay. Irgendwann werde ich das schon merken. Aber wenn ich nach Westen gucke, stehe ich im Osten. Nicht im Westen. Oh. Diesen Sprung im Kopf. Den schaffe ich immer nicht. Einen Punkt haben wir liegen gelassen. Da war ich mir zu sicher. Was wird heute gemacht? Geotestig Abend. Denn heute ist das... Z-Z-Zocken Ende. Prost. Okay. Und damit gehen wir in Runde 2. Wartet. Runde 2. Und wir sind wieder in einem Kreisverkehr. Bei Luxemburg. Okay. So viele Kreisverkehre haben die nicht. Das finden wir. An der 12 nach Copstal und Luxemburg. Und das liegt südlich. Ja. Also müssen wir eigentlich... An... Nee. Der Kreisverkehr müsste aber schon eingezeichnet sein. Wenn der auf Bildern ist... Dann ist es der hier vielleicht. Aber wir sind ja nicht auf R12. Es geht zur 12. Aber er sieht groß genug aus. Hier sind Häuser. Quartee-Vents. Quartee-Vents. Was macht der denn da? Hm. Spanferkel. Okay. Ja. Einfach mal so. Grillen. Kann man machen. Was macht man bei Geotestig? Was? Wie? Ihr wisst nicht, was man bei Geotestig macht. Dann müsst ihr einfach zugucken bis zur nächsten Folge. Ich erkläre das am Anfang jeder Aufnahme einmal. Und wer diesen Kanal hier oft guckt, der weiß, was das ist. Geotestig ist das Spiel, wo man herausfindet, wo man ist. Wie man unwergerlich erkennt. Hier die 102. Doch, das ist hier. Okay. Und das sind die Häuser. Café-Restaurant-Vents. Alles klar. So, jetzt wieder aufpassen. Nordwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. Nordwestlich ist der Kreisverkehr. So. Und wir stehen auf der Spur hier. So, passt das. Wenn ich in die Richtung gucke, ist Süden. Passt. Finish. 2,49 Meter. Und damit haben wir es geschafft. Und gehen in Runde 3. Und werden genau herausfinden, wo wir sind. Ach du Scheiße. Okay. Ich sehe Boote. Das ist das gleiche Boot wahrscheinlich. Immer wieder von den Aufnahmen, oder? Ne, es sind wirklich zwei verschiedene. Aber sie sehen sich so gleich aus. Also wir müssen genauer raten, wo wir hier sind jetzt. Indem wir auf der Weltkarte gucken. Also ich vermute, Grönland, Island, Norwegen oder Aarland. Eventuell auch Jan Mayen. Spitzbergen würde ich ausschließen, nicht? Ähm, aber wir könnten auch in Verröhr sein. Also, so diesen Bogen hier, den sehe ich hier gerade. Weil wir sind, ähm, oberhalb der Baumgrenze, beziehungsweise nördlich der Baumgrenze. Es gibt nämlich keine Bäume hier. Das ist schon mal wichtig. Hm. Da liegt auch ein bisschen Eis. Na gut, wir fahren erstmal. Aber ich glaube, viel fahren werden wir nicht können. Es könnte ein Problem geben. Hier ist ein Aussichtspunkt. Da stürzt auf jeden Fall der Berg runter. Oh. Das Bild verändert sich. Oh, hier lässt sich richtig blöd fahren. Weil das GPS nicht ganz gepasst hat. Auf dem Container steht auch nichts. Da können wir aber reinfahren. Wir müssen auch da reinfahren. Ich glaube, weiter geht es hier auch gar nicht, oder? Ja. Ich kann nur hier um die Kurve fahren. Hier sind halt zwei Autos mal langgefahren. Ich frage mich, warum man hier in der Gegend mit mehr als einmal mit dem Google-Auto langfahren muss, um das aufzuzeichnen. Und Peel. Und Peel. Da hoch sind wir nicht gekommen, nicht? Okay, wir haben auf jeden Fall Schafe. Wer kennt die Schafsrasse? Das wäre hilfreich. Irgendwelche Paläontologen, Ontologen oder Karnivore im Chat. Ah, Kacke. Hier kann man richtig schlecht navigieren. Jetzt muss ich nach links drücken, um vorwärts zu kommen. Ah, das ist ein mieser Startpunkt. Ah, das... Das wird schief gehen. Fahr ich jetzt vorwärts oder rückwärts? Ich glaube, ich fahre richtig. Oh, Mann. Mist, Startpunkt. Wirklich. Und jetzt fahren wir hier einfach wieder runter. Das heißt, das hier ist ein Kreisverkehr. Oder was? Nee, jetzt fährt er hier rum. Okay. Jetzt fährt er aber doch zurück. Ah, okay. Deswegen sind auch doppelte Bilder. Der ist hier in einen Kreisverkehr gefahren. Das heißt, es geht nur in die Richtung weiter. Da unten wäre irgendeine Wacht. Da ist er bestimmt mit der Fähre angelandt. Auf jeden Fall gibt es viele Orte und es gibt keine Möglichkeit weiterzufahren. Ich würde sagen, das Geotastic-Startpunkt-Ding hat uns gebrochen. Also, die genaue Ortschaft werde ich nicht herausfinden können, wenn wir jetzt hier nicht weiterfahren. Aber, ja, viel weiter als das Ding finden wir nicht. Ich habe nicht mehr die Sprache gefunden, nicht wahr? Also, es stand viel. Viel ist das Einzige, was irgendwo dran stand. Manchmal steht ja wenigstens dran, äh, Nordstation, äh, bla 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 oder so. Also, wer nicht zufällig hier mal in Urlaub war und mir jetzt helfen kann. Ihr dürft jetzt gerne in den Chat schreiben, was ihr denkt, wo das ist. Island, Norwegen, Spitzbergen, ich mein, da ist eine größere Siedlung auf jeden Fall. Und wir haben auch hier Windkrafträder. Deswegen würde ich Norwegen ausschließen, nicht wahr? Ja, und hier ist der Fähranleger, würde ich sagen, nicht? Hier packen die den drüber oder so. Tja, irgendwo in Norwegen, würde ich vermuten. Hier steht ja auch nichts drauf. Also, außer Schafe. So, warum man hier nicht weiterfahren kann. Mist, Ecke auf jeden Fall. Die Boote, da kennen wir nix. Und da nach oben ging's auch nur in den Kreis. Ach, Mann. Dadurch, dass ich hier zweimal gefahren bin, gibt's hier so zwei Meter Ebenen, nicht wahr? Okay, das heißt, wir müssen so gut wie möglich raten. Ihr im Chat habt gar keine Ideen, nicht wahr? Norwegen hat auf jeden Fall ein EU-Kennzeichen. Aber wenn, wo in Norwegen? Wir haben auch zu wenig Straße, als dass ich sagen könnte, das sehe ich auf der Karte nicht. Wenn ich wenigstens so eine Ortschaft hätte, weil ich irgendwo eine Top-Länder-Domain wenigstens hätte oder eine Ecke. Aber wir haben hier gar nix. Wir haben ein paar Steine und zwei Containerhäuser. Also, das Ding ist noch das Beste, was wir haben. Pew-Full-La-Diet-Foro-Yar. Ich würd Faröer sagen, oder? Foro-Yar. So, und wenn wir in Foro-Yar sind. Okay. Also in Faröer. Wir haben straight im Norden eine Stadt. und wir haben im Osten Berg. Offenes Meer ist Richtung Südosten. Wir könnten also vielleicht hier sein. In sowas hier. Hier sehen wir die Stadt. Die Stadt liegt normal nördlich. Ne, die liegt nördlich. Warte mal. Das heißt, wir könnten hier sein. Hier könnten wir sein. Das sieht gut aus. Aber hier ist keine Fähranleger. Der Fähranleger, der wäre hier vor. Und im Osten hätten wir einen Berg. Das ist zu weit weg. Es muss enger sein. An so einer Stelle müssen wir sein. Es gibt eine Firma, Phil Company, die ist aus Japan. Also, ich hab keine Ahnung. Ja, ja, aber das sind doch Hinweise, nicht? Aber klar, eine japanische Firma wird auch Übersee machen. Ähm. Ah. Ich seh auch keine Brücke. Ich mein, vielleicht ist es Norwegen, nicht? Dann kann ich mich auch zu Tode suchen. Da ist noch eine Stadt. Und ich mein, auch im Nordosten ist eine Stadt. und die sieht aus, als ob die an so einer Landzunge so ein Übergang ist, wo es so, ähm, ganz eng wird. Hier sowas oder noch enger. Aber im letzten Mal waren wir hier unten auf dem Ding. Aber das passt von der Ausrichtung her nicht, nicht? Nach Osten hin würde ich nie was sehen und nach Südosten hätte ich kein offenes Meer. Das würde hier nicht passen, halt. Und das hat keine Landverbindung. Das hier hat aber eine Landverbindung, oder? Wenn ich hier nochmal hochfahre, vielleicht sehen wir nochmal ein bisschen mehr. Das sieht schon nach einer Landverbindung aus. Das ist auch nicht so weit weg. Aber der Fjord geht da weiter. Dahinten ist auch nochmal eine Stadt oder ein Schiff. Weiß ich nicht. Das könnte schon sowas hier sein. Aber dann hätte ich die Brücke. Wir haben aber keine Brücke. Hm. So. Bedeutet vielleicht hier doch? Hier hätten wir keine Stadt nach Norden. Hier hätten wir eine Stadt nach Norden, aber wenn wir hier wären, dann hätten wir nichts nach Osten. So. Also, das passt. Verröhr passt nicht, würde ich sagen. Vielleicht gibt es einen Ort Verröne oder so. Verröne oder was da dran stand irgendwo. Das könnte natürlich noch sein. Hm. Und die Kamera fokussiert wieder nicht richtig heute. Kamera. Du bist gemein. Ah. Ah. Kriegst du es hin? Ich muss ein bisschen tiefer machen, ne? Long. So. So, vielleicht. Aber. Ja, zoom doch ran, Kamera. Perfekt. Ähm. Wo könnten wir sonst sein? Also, hier im englischen Teil würde ich nicht sagen. Könnten halt irgendwo hier oben drin hängen, sowas. Und hier könnte ein Verröne oder sowas sein. Ja. Aber der Container kann auch von überall kommen, nicht? Wenn du sagst, die Firma arbeitet in Japan. Ich glaube, ich muss mich einfach entscheiden. Ich meine, wir könnten auch auf Island sein. wobei ist eigentlich alles schon recht norwegisch, außer vor allem mit den Windkrafträdern da hinten. So, wir können uns im Paint das aufzeichnen. Also, hier haben wir auf jeden Fall irgendeine große Fjordinsel nochmal. und dann nach Südosten, Süden haben wir offen. Wir sind selber auch, nicht, wir sind auch auf so ein Ding hier irgendwie am Wasser und gegenüber auch normal. Das heißt, nach Südosten, so eine Ausrichtung würde schon gut passen können. Hier wäre eine Stadt, das würde nicht passen. Unsere Stadt müsste ja hier sein und das Ding müsste ganz dünn sein, so dass eine zweite Stadt ja, das passt hier auch nicht. Das hat die falsche Ausrichtung, nicht? Da ist nicht nach Südosten offen. Hier ist Fakasa die Flüduer. Aber das ist schon zu östlich. Nee. Und das hier ist jetzt auch schon wieder in die falsche Richtung. Ich glaube, das ist auch zu bewohnt, Island. Grönland schließe ich auch aus. Also Grönland weiß ich nicht. Warte mal, wir können mal gucken, wo ist denn die Sonne? Die Sonne ist im Süden, also sind wir im Norden, okay, und die Sonne ist recht flach. Jemand, der sich auskennen könnte jetzt anhand der Gradzahl der Sonne, wenn wir wüssten, wie viel Uhr es ist, sagen, auf welchem Breitengrad wir sind, nicht wahr? Hm. Es könnte schon sein, dass wir hier sind und jetzt da rauf gucken. Die andere Stadt ist Ness und das der Berg das sieht schon so aus, nicht? Was kommt schon hin? Das ist der. Wir stehen hier. Also wenn ich das jetzt hinkriege, das heißt, wir haben zwei Gebäude und wir gucken genau östlich auf die Spitze von dem. Also wenn das hier ist ein Gebäude, das ist andere Gebäude wahrscheinlich. Wart mal, hier ist das und wir sind ja irgendwo hier hoch gefahren. Das ist das Gebäude oben, wo es nicht mehr weiter ging, wo er gewendet hat vielleicht. Nicht, dass dieser Container, wo wir hoch sind, das heißt, wir würden hier stehen, ja, das ist es, oder? Hier stehen wir, an der Stelle, finish. Wir haben es gefunden. Das hätte ich niemals gedacht. 8 Meter 75, wir konnten nicht mehr weiterfahren, nur anhand des Berges haben wir herausgefunden, wo wir sind. Ist das krass? Ho, ho, wow. Das hier ist auch die Stadt mit dem kleinen Übergang. Viel weiter weg, als ich gedacht hätte. Oh. Boah. Okay, da muss ich sagen, kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Wenn das kein Like wert ist, oder ein Abo, weiß ich auch nicht mehr. Dann kann ich auch nicht mehr machen. Also, oi, 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 und das war Torshaven da oben. Und die andere Stadt war wirklich Ness, was ich gesehen hab. Hula, hula, hula. Aber ohne den Container, wo Fadeleur oder sowas drangestanden hätte, wäre ich nicht nach Faroeher gegangen. Das heißt, jeder noch so kleine Hinweis ist so wichtig, nicht? Und dann der Berg, der war so markant. Und damit kommen wir zum Result mit den 17.999 Punkten. Ja, ein Punkt wegen meiner Unzulänglichkeit fallen gelassen. Ja, gut, ich hätte nochmal überprüfen sollen, Osten und Westen. Ich rechne mir die 6.000 Punkte da trotzdem an. 9 Minuten 30 in San Marino, Luxemburg 1 Minute 56, das war richtig schnell, und 14 Minuten 35 in Faroe Island. Nur 26 Minuten haben wir gebraucht und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.